Der Immobilienmarkt kämpft mit vielen Herausforderungen und die Gründe sind sehr vielschichtig. Unter anderem zu wenig Neubau, ESG-Auflagen, explodierende Baukosten und gestiegene Zinsen. Wir wollen uns heute speziell den Nachhaltigkeitsaspekt rausgreifen mit Hannah Brief von Aberdeen. Schön, dass Sie da sind. Frau Brief, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen im ESG-Bereich, wenn wir aufs Immobilien schauen? Also im Wesentlichen sehe ich da tatsächlich zwei sehr große Bausteine in Teilbereiche. Zum einen ist das ganze Thema Regulatorik, Gesetzgebung, Benchmarking, aber auch das Thema Daten. Zum Thema Regulatorik ist es so, dass wir in Deutschland und auch in Europa sehr viele Gesetze haben, wie zum Beispiel das Bundesklimaschutzgesetz, in dem wir klar geregelt haben, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen. Oder auch das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, wo wirklich die Anforderungen an die Gebäude festgelegt wurden. Was aber aktuell noch fehlt, sind wirklich so Standards und Richtlinien, an die man sich halten kann von der Branche selbst. Es gibt einfach ein Riesennetz an verschiedenen Vorgaben, aber diese einheitlichen Standards gibt es leider noch nicht, die aber auch in der Entwicklung gerade sind. Und zum anderen das Thema Daten, Datentransparenz, vor allem im Immobilienbereich, im Wohngebäudebereich, ist es so, dass der Mieter natürlich geschützt ist, was super ist, aber wir als Eigentümer natürlich auch ein Problem damit haben, an die Daten zu kommen. Und da ist es super wichtig, um zum einen reporten, transparent reporten zu können, aber zum anderen auch wirklich detaillierte und objektgenaue Maßnahmen ableiten zu können. Wie gehen Sie jetzt bei Aberdin mit diesen Herausforderungen um? Zum einen, was die Regulatorik betrifft, haben wir für uns selber Standards gesetzt und Vorgaben gesetzt, dass wir genau unsere Ziele verfolgen können, wann wir klimaneutral werden wollen und wie wir vorgehen. Aber zum anderen gucken wir auch in die Zukunft. Es passiert auf dem europäischen Markt ganz, ganz viel. Und wir versuchen wirklich, das, was in zwei Jahren wahrscheinlich passiert, jetzt schon zu beachten und vorbereitet sein zu können. Und zum Thema Daten ist es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir alle Stakeholder mit einbeziehen. Das heißt, nicht nur intern auf Everdeen-Seite darüber sprechen und umsetzen, sondern wirklich alle Bereiche mit einbeziehen. Das sind die Mieter, das sind die Verwalter. Ganz wichtig zu sensibilisieren und zum Beispiel auch in Form von Green Leases Nachhaltigkeit transparent fixieren zu können und auch Sensibilität dadurch zu schaffen. Also da geht es schon mal in die richtige Richtung, um Lösungsansätze zu finden. Lassen Sie uns das konkretisieren. Wo sehen Sie grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten in dieser komplizierten und komplexen Gemengelage? Ja, also zum einen, was das Thema Daten angeht, soweit es natürlich die gesetzlichen Vorgaben entsprechen kann, das Thema Smart Metering. Man kann die ganzen Verbrauchsdaten, die Verbräuche digitalisieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, um wirklich auch ganz einfach an die Daten zu kommen und auch den Schutz des Mieters zu wahren im Austausch mit dem Mieter. Zum anderen ist es aber zum Beispiel auch die Bereitstellung von nachhaltigem Energieeinkauf. Also sei es zum Beispiel die Implementierung von Solarpaneelen, also von Photovoltaik auf dem Dach, um regenerativen Strom erzeugen zu können für die Gebäude. Aber zum Beispiel auch der Austausch von Heizungen, ja, in Wärmepumpen oder der Anschluss an das Fernwärmenetz. Da haben wir viele Möglichkeiten, vor allem in den Großstädten Deutschlands, weil da eben auch viel getan wird, viel gemacht wird. Und natürlich geht es dann auch darum, wirklich das Gebäude effizienter und nutzerorientiert zu entwickeln. Also das heißt jetzt nicht nur, okay, wir müssen viel investieren, zum Beispiel in das Dach oder in die Fassaden, sondern wir können wirklich im Betrieb viel machen, weil ein Groß an Verbräuchen im Betrieb anfällt. Das heißt zum Beispiel die Einstellung der technischen Anlagen auf den Nutzer angepasst. Wenn zum Beispiel ein Büromieter erst um 9 Uhr anfängt, dann muss die Lüftungsanlage nicht um 5 Uhr schon starten, sondern kann ganz langsam um 7.30 Uhr vielleicht schon hochfahren. Oder mit dem Wetter zusammenarbeiten, ja, dass man mit Wetterfühlern oder Wettersensoren arbeitet, um wirklich auch abzustimmen, wenn es jetzt zum Beispiel wie heute ein super schöner, warmer Tag ist, dass man ganz langsam die Kühlungsanlage schon hochfährt. Das macht sehr viel aus. Da sehen wir ein riesen, riesen Potenzial. Und es müssen dann nicht immer diese großen Maßnahmen, der große Eingriff in die Gebäudestruktur sein, sondern wirklich nutzerorientiert am Bestand arbeiten. Und darüber hinaus, wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiter vorausschauen, welche weiteren Entwicklungen sind zu erwarten? Also was wir auf jeden Fall sehen, ist natürlich, dass die Regulatorik immer noch ein bisschen stärker wird, sich die nächsten Jahre anpassen wird, so wie es die letzten Jahre auch passiert ist. Aber dass der ganze soziale Aspekt auch viel mehr an Bedeutung gewinnen wird. Stichwort Social Taxonomy ist auch auf EU-Ebene schon in Diskussion. Und da wird viel mehr auch auf Quartiersebenen geachtet, auf Lösungen miteinander, auf die Mieterzufriedenheit, um da eben auch das ganze Soziale auch noch mit zu betrachten. Weil das Thema E von ESG, sage ich mal, da sind wir gut aufgestellt. Jetzt kommt das ganze Thema S. Das sehen wir auf jeden Fall ganz stark für die Zukunft. Also es wird dann noch nicht einfacher, wenn ich das richtig interpretiere, was Sie uns erläutern. Worauf kommt es jetzt an, um dem wuchernden ESG-Dschungel zu begegnen? Also vor allem sehe ich Riesenpotenzial darin, wirklich zum einen mit Netzwerkpartnern, mit Branchenteilnehmern auch in den Austausch zu gehen und nicht nur intern zu bleiben, sondern sich wirklich mit anderen Marktteilnehmern auch auszutauschen. Weil es gibt nicht diesen einen roten Weg, nicht diese eine Lösung für den ESG-Bereich, sondern es gibt verschiedene Ideen, verschiedene Ansätze, die müssen auch transparent kommuniziert werden und so kommt man auch weiter. Und vor allem auch in den Austausch und in die Arbeit mit den Lösungsanbietern zu gehen, also die Lösung mit ihnen zu entwickeln, weil nur so, wenn die Lösungsanbieter wissen, was wir als Eigentümervertreterin überhaupt für Ansprüche und für Notwendigkeiten sehen, dann kann es wirklich zielgerichtet entwickelt werden. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und vor allem auch Einbezug aller Stakeholder, also wirklich intern und extern, alle mit ins Boot holen. Das ist eine Disziplin, die sich zukünftig wirklich ändern wird und auch aktuell ändert. Deswegen ist es nicht nur die Aufgabe eines ESG-Managers in einem Unternehmen, sondern wirklich von Asset-Management über Property-Management, Fondsmanagement über alle Disziplinen hinaus. Die Mieter, dass alle wirklich mit abgeholt werden und zusammen gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Also ich nehme mit, viel kommunizieren, viel miteinander reden, sagt Hanna Brief. Und natürlich darüber hinaus die Möglichkeiten der modernen Technik nutzen, um ESG im Immobilienbereich zu implementieren. Herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie. Danke, Evo.